hallo und herzlich willkommen ich bin ipnx und ja ich begrüße euch zu battlefield 4 wo wir jetzt mal ein bisschen was starten werden ja jetzt mal direkt zu sehen na ja hier vorne aber mit fahrer könnte ich hier mal gebrauchen okidoki ja genau was er aussagt wir haben gerade die kontrolle übereinsatz zählen schade übernommen ich habe mann was fährt er denn so schnell hat er ist eilig war das jetzt der feindliche ich habe nicht kontakt zu einem feindlichen panzerjäger die aktuelle stellung geht doch kaputt man Was stimmt denn mit dir nicht, Junge? Mann. Komm, nimm mich mal mit dir. Schön, dass du da bist. Wir haben gerade Einsatz, zieh Charlie verloren. Krieg ich doch die Pimpernell, ne? Attacke weiter, du zählst. Da ist ein feindlicher Panzerwagen, nördlich deiner Position. Na los. Schwimm, Junge, schwimm. Oh, fuck, ey. Da oben ist schon wieder ein Panzerjäger von denen. Wir haben die Kontrolle überein, das Ziel einfach verloren. Ja, jetzt müssen wir aber erstmal C hier holen. Fuck, Mann. Ich kriegte den einfach nicht. Ah. Na. So einfach kann es sein. Wettlich deiner aktuellen Position ist ein feindliches Fahrzeug. Ja. Nehmen wir das jetzt hier mal ein. So. Jetzt A. Da scheint ein feindlicher Helikopter zu sein. Wettlich deiner Position. Wir haben Einsatzziel Bravo neutralisiert. Kommt man doch hoch, ne? Ja. Die Pissbacken hier. Nein. Da war noch einer. Nein. Der hat mich abgeschnitzelt. Fuck, Mann. Gibt's doch gar nicht. Komm ich halt wieder mit meinem Panzer. Wir haben gerade die Kontrolle überein, das Ziel Alphalmanon. Eber, Weinsatzziel Chadi wurde neutralisiert. Dramatisch. Ingenieure Mechanika Da nach Wir haben Einsatz Ziel Alpha verloren So jetzt schnell hier Alpha einnehmen Gehen wir langsam hier auf Nüsse Außerdem brauche ich mal einen Beifahrer Der ist doch auch nicht mehr normaler Junge Was stimmt mit dir nicht Heizt der mir volle Möhre rein Boah, Alter Wie ich es gerade schon gesagt habe Mit dem stimmt man nicht Ja Wir haben gerade die Kontrolle Bereitensen Ziel Alpha zu beursachen Wir haben gerade die Kontrolle Die Bedeutung deutlich zu werden Wir haben gerade die Kontrolle Wir haben gerade die Kontrolle Die Bedeutung hat sie Rückseite Nein! Ich hab gedacht, der bleibt ein bisschen länger unten. Mann. Ha! Ach, jetzt könnt ihr alle reingehen, ne? Wenn ich das Ding steuere, ist kein Arsch drin. Ach du Scheiße, ey. Es ist ein ganzer Squad hinter. Gibt's doch gar nicht. Ich hab gedacht, da sind so ein paar Schmucks hinter, ey. Ach, jetzt geht's doch nicht. Anscheinend ist südlich deiner Position ein feindlicher Panzer war gemein. Ach, jetzt geht's doch nicht. Ach, jetzt geht's. Ach, jetzt geht's. Ach, jetzt geht's. Bitte! Abordnen Sie diese Seite! Achtung, wir haben Weißerung zu ziehen, heißt das in Norden. Boah, oh fuck, ey. Vitell, vrageiski vertolöt. Wir haben gerade Einsatzziel Basen neutralisiert. Da ist ein feindlicher Scharfschütze, plötzlich deiner aktuellen Position. Da hinten. Boah. Boah. Bisher kommen wir noch ganz gut durch, aber was da im Anmarsch ist, ist nicht mehr feierlich. Die kommen da mit dem ganzen Squad angerannt. Der ist nach oben gerannt. Ey. Das gibt es doch nicht. Ich will den Messern und der kontert irgendwie. Mann. Boah. Nein. Da oben. Boah, ey. Wir dürfen uns jetzt nicht hier C wegnehmen lassen wieder. Upsa. Komm, ich flieg mal Helikopter. Gucken, ob das langsam klappt. Vielleicht krieg ich ja sogar noch einen Co-Piloten. Upsa. Upa. Ja. Warnung. Wui. Ui. Da scheint ein feindlicher Panzerjäger zu sein. Festlich deiner Position. Ui. Wui. So. Das war nämlich jetzt total geschickt gemacht. Ich habe nämlich den gegnerischen Piloten abgelenkt und konnte mich dann ins gegnerische Gebiet reinschleichen. Und wir haben gewonnen. Boah. Mal gucken, wie wir hier so abgeschlossen haben. Hey, ich bin erster. Gar nicht schlecht. Höchste Punktzahl. Finde ich ganz okay. Ich glaube, das Spiel war auch ganz okay. Und ich sage mal so viel wie, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Comments nicht. Und ich sage, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.